Hier ist Garten-Video.com, mein Name ist Markus Kobbelt. Unser Thema heute, nochmals eine Breitseite gegen die europäischen Strassenbäume. Während Clint Eastwood hier die kameramäßige Pistole zückt für das Carmel on the By the Sea Film Festival, das er selber präsidiert und gegründet hat. Nochmals eine Breitseite gegen die europäischen Strassenbäume. Nochmal schauen Sie sich das an hier, diese Vielfalt an verschiedenen Arten, die hier an die Strasse gepflanzt worden sind. Natürlich mit südlichem Flair, das wäre aber auch in nördlichen Breiten möglich. Auch hier wiederum dasselbe, verschiedene Arten durcheinander gemischt, verschiedene Alterstufen durcheinander gemischt. Und das Ganze sieht dann eben abenteuerlich abwechslungsreich und sehr schön aus. Wir müssen immer zu viel Ordnung in unseren Strassen und Gärten haben und vergessen dann, dass eben Abwechslung auch das Leben schön machen würde.